Was wir hier sehen, ist der LG 55 EM 9700. Es ist LGs flachster OLED-Fernseher, der gerade mal 4 mm breit ist. Wenn wir uns den mal von der Seite anschauen, dann sieht man schon das hauchdünne Design. Das Besondere an der OLED-Technik ist der extrem gute Kontrast sowie die tollen Schwarzwerte. Zu dem gewöhnlichen RGB-Farbschema wird bei LG noch zusätzlich ein weißer Pixel erzeugt, der ein natürlicheres und klares Bild erzeugen soll.